Wie wir bereits wissen, arbeitet Daniela bei einem Lohnsatz von 6 Euro pro Stunde 40 Stunden. Wenn der Lohnsatz auf 9 Euro pro Stunde steigt, dann kann Daniela in einer Woche maximal 900 Euro verdienen. Ihre Budgetgerade verläuft damit von 900 Euro auf der Einkommenachse zu 100 Stunden auf der Freizeitachse. Die steiler gewordene Budgetgerade tangiert nun eine höher gelegene Indifferenzkurve bei 50 Stunden Freizeit. Daniela erreicht einen höheren Nutzen als zuvor, wenn sie 50 Stunden arbeitet und dabei 450 Euro in der Woche verdient. Der höhere Lohn hat also dazu geführt, dass Daniela freiwillig mehr arbeitet. Wird der Lohnsatz nochmals um 3 Euro höher, so erreicht ihre steiler gewordene Budgetgerade ein maximales Wocheneinkommen von 1200 Euro, falls sie ihre gesamte Freizeit opfern will. Daniela entscheidet sich jedoch, weniger zu arbeiten als bei dem niedrigeren Lohn zuvor. Der neue Tangentialpunkt liegt nämlich jetzt wieder bei 60 Stunden Freizeit, also arbeitet sie 40 Stunden. Obwohl sie weniger arbeitet als bei einem Stundenlohn von 9 Euro, kann sie bei einem Lohnsatz von 12 Euro pro Stunde immer noch mehr verdienen als zuvor, nämlich 480 Euro pro Woche.